Ich fahre mit dem Stapel herum. Es ist sicher für den Förster sehr gut. Es hat sicher fast jeden Förster. Ich mache auch sehr viel Letzen. Es hat den Motor. Es ist schon recht schwer. Es macht viele von den Kuarts noch still. Es ist sehr... Motor ist auch viel. Es ist jetzt ein neues... In jedem Haus. Vor jedem Haus. Vor jedem Haus. Und man braucht den Eichenkappen. Und das Teil, das man einfach drücken kann. Und es ist meistens aus Metall. Aus allem ein. So wie ein Loch. Ein Loch oben. Ja und dann rum bis drei. Durchfall. Vorher drauf hat es einen guten Clip. Für etwas zu tragen. Und es ist scheppig für wiederzuhören. Händchen. Ich fahre mit dem Stapel herum. Ich habe mir auch sehr Mut, die wir angehen. Wir brauchen auch die Ballettrollen. Und die Zahmeisen. Das Lager. Dürfen. An pingluinen. Hatt vier Reifen ohne. Ohne Dich. Hatt vier Reifen ohne. Hat auch Dich. Ehm. Bananenschal. Ja, eine Greinbrüche. Bananenschal. Ja. Ich kann es dreideln. Und dann habe ich... Ich hab einen Sack. Ja, eigentlich grün. Ganz gleichlich. Gelb, irgendwie grösser. Auf geht's.